Heute wird es professionell und zwar mit Sonys eigenem Pro Controller, dem DualSense Edge. Viel Spaß! Servus Leute, ich bin SlippinChimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch am besten jetzt gleich ein Abo da und ansonsten legen wir nun los mit diesem Video. 240 Euro. So viel möchte Sony nach UVP für den DualSense Edge haben. Das ist definitiv ein stolzer Preis, weshalb ich persönlich auch lange die Finger davon gelassen habe. Jetzt gab es das Ganze aber endlich etwas großzügiger rabattiert und ich habe zugeschlagen. Auf der Vorderseite der Verpackung sehen wir dann auch schon gleich den DualSense Edge, ebenso wie auf der Seite und die Rückseite verweist wiederum auf die Funktion des Controllers. Wenn wir das Ganze dann öffnen, erwartet uns auch schon gleich eine Tragetasche bzw. ein Case für den Controller. Darunter gibt es die obligatorische Anleitung. Das Case selbst kommt im Hardplastic daher und macht einen robusten Eindruck und das Playstation-Logo darauf darf natürlich auch nicht fehlen. Wie auch schon beim Xbox Elite Controller kann das Case hier an der Vorderseite geöffnet werden, damit der Controller auch im verstauten Zustand bequem geladen werden kann. Aber jetzt schauen wir erstmal rein. Der Edge ist hierbei zunächst nochmal durch eine Folie geschützt und auch wenn er dem Standard DualSense sehr ähnlich sieht, gibt es natürlich größere und kleinere Unterschiede. Der Aufsatz rund um die Analog-Sticks ist in Hochglanz gehalten und das Ganze zieht sich bis auf die Rückseite durch. Das sieht schon ganz cool aus, ist aber unheimlich empfindlich und wird Kratzer vermutlich förmlich nur so anziehen. Auch die Aktionstasten sind in Schwarz gehalten, genauso wie das Touchpad. Das Touchpad hat außerdem noch viele kleine Playstation-Logos versteckt, was auch richtig nice aussieht. Ansonsten hat der Controller, wie für einen Pro-Controller üblich, mechanische Triggerstops und Backpedals. Hier allerdings nur zwei anstelle von vier, was ehrlich gesagt nicht ganz zeitgemäß ist, aber mal schauen. Neben den genannten Features kann der Controller die Sticks auch komplett tauschen. Das heißt, bei Stickdrift muss nicht gleich der ganze Controller weggeschmissen oder aufgeschraubt werden, sondern der Stick wird einfach ersetzt. Das ist zwar praktisch, verbaute Hall-Effect-Sticks wären aber trotzdem deutlich nachhaltiger und besser gewesen. Und dann gibt es da noch die sogenannten FN-Tasten, mit denen ihr euer Gaming-Profil auf dem Controller switchen könnt. Mitgeliefert wird ansonsten ein 2,70 Meter Kabel und ein zusätzlicher Verschluss, damit das Ganze auch bombensicher hält. Außerdem gibt es austauschbare Kappen und Backpedals, je nach eurem Geschmack. Und was meinst du, ist der Preis von 240 Euro für den DualSense Edge gerechtfertigt? Und ab welchem Preis würde er sich für dich lohnen? Schreib's in die Kommentare, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace. Outro 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 Outro